Musik Tagesereignis, Hinweisvideo Hiermit möchte ich wieder auf einen neuen Artikel hinweisen. Der Link zum Beitrag inklusive kompletter Audiodatei findet sich in der Videobeschreibung. Im Textbeitrag finden sich viele weitere Links und Quellennachweise. Deshalb gebe ich gern den Tipp, auch die Website tagesereignis.de zu besuchen. Euch allen eine gute Zeit voller Geduld, Vertrauen und Zuversicht. Habt's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Untertitelung des ZDF, 2020